Neun von uns sind entkommen. Nummer eins wurde in Malaysia getötet. Nummer zwei in England. Nummer drei haben sie in Kenia erwischt. Sie können euch nur in einer bestimmten Reihenfolge töten. Welche Nummer bin ich? Sieben? Fünf? Ich bin Nummer vier. Ich bin der Nächste. Ich bin auf der Flucht, solange ich denken kann. Du darfst nicht auffallen. Ich kann mich gut anpassen. Dir wird's hier gefallen? Oh, John, Smith. Okay, du willst mir deinen Namen nicht sagen. Was ist das? Sieht aus, als wolltest du abhauen. Das ist eigentlich privat, okay? Ich war schon an vielen Orten. Aber hier gefällt's mir besonders. Du hast diese Kräfte nicht ohne Grund. Indem du dich konzentrierst, lernst du sie zu kontrollieren. Sie sind hier. Wo ist der Junge? Es kommt noch mehr auf dich zu. Ich werde nicht zulassen, dass dir jemand weh tut. Ich laufe nicht davon. Du kannst die Zukunft nicht aufhalten. Hilfe! Sarah! Wo ist sie? Du hast keine Ahnung, wie viele Opfer erbracht werden mussten, damit du leben kannst. Wenn sie dich töten, werden wir alle sterben. Wer bist du? Nummer 6. Zu zweit seid ihr stärker. Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Du hast keine Ahnung. Run useln 고 17, nicht先. Vi können sie auch nicht Curtik oder hier einmal nicht erschlagen. Hä이지 keine Ahnung, wozu sie unter einem Block am � Gracizei sein wird? Vielen Dank.